schudiger wird geht und schnippelt ihr schnapp und hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play gta 5 mit mir dem nerf karai ja ich bin wieder franklin gerade frisch gestartet und ich war gerade ihr wisst ihr waren gerade hier auf mich zurück und schauen wir mal was jetzt hier abgeht franklin ist der haus homies stretch ist raus ja genau das und da ist direkt mal wieder nachmittag später i don't want to know what the fuck i mean what the hell going on here wait a minute franklin what are you doing here i live here this half my house too so you say anyway magenta is reinvigorating my femininity so make yourself scarce boy go go with pleasure oh goodness and stay out of trouble oh yeah yeah i bet you ain't no more of a man than me i hear that gangster shit nigga look who's bizzack what's happening with it man oh no no show some respect here nigga that man he couldn't hold down his back come on now damn man i gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his you what this fool just say i missed you dog oh oh you miss me huh nah i missed you you ask her to stay gone for good so i fucked your girl mugged your mom and better yet i ain't thought about your ass in years you got jokes now huh hey but i see you doing well for yourself check that on that shit i'm doing just fine that's what i hear but i know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you you've been doing your time looking at sweet boy balls oh yeah it's good to have confirmation this funny fuck why you keep hanging around this clown el shake this fool we from the same set stretch why why y'all niggas can't get along y'all been doing this shit for years man you know what dog it's good you back home glad you here missed you boy damn you definitely got hit up inside hit up hey hey yo motherfucker i know little niggas like you've been turned out on the daily talking about being hit up nigga i swear man you ain't got no motherfucking respect motherfucker i got respect for reality reality all right all right you keep thinking that just keep thinking that nigga shit you gonna get yours fuck you i swear man this motherfucker get on my goddamn nerve to me part of the niggas charm mack f come on man this is what's a movement you gonna drive or what drive away pick up this eat nigga why business nigga real business come on y'all niggas act like girls shit not me business business alter business business am arsch nigga wenn man hier was in den einstellungen einstellen ein typ scheint ja so geräusch lautstärke musik lautstärke jaja genau das was ich gemeint habe ein bisschen musik lautstärke drücken dann können wir vielleicht auch radio hören hören oder ich versuch's zumindest mal gutter ass hair gutter ass clothes he coming up but he ain't puttin down shit ain't legit nigga i'll show you legit punk you know when i went away you punks was little homies and i was a big homie now i'm out and you little homies is big homies but you still got a respect man what the fuck this nigga talking about we all big homies but he bigger right exactly man that's a fucking pyramid scheme bullshit piramids is good man illuminati pharaoh shit alter der typ ist bestimmt der aller aller der ist doch voll die kackbratze kriegt man doch jetzt schon mit ne runde ammunition sasse wahrscheinlich mischung aus allem das ist doch bestimmt voll die intelligenz bestie ne runde welcome to ammunition hey what's up man firing range is in the back and all our weapons are customisable oh hell yeah you can trick your blam blam out up in here quit all that just straight up artillery man all right shut the fuck up i got this you clowns alter diese unintelligenten sparken schauen wir uns mal die waffen an pistol Tränengas, Granate, Haft, Kanister, was hat der noch, Schrollflinte, nur Uzi, WTF die EMP, ein Sturmgewehr, na ich beliebe gerne mit ner Pistil, Standardmagazin, Schuss 24, Sitz ausgerüstet, größeres Magazin, taktisches Licht, alter, was ist das denn, schwarzer Farbton, Armeefarbton die waffe ist einfach nur teuer und sinnlos größeres Magazin ja, dann kaufen wir mal ein bisschen munition für die Pistil Pistil ohhhh komm Schalldämpfer auch noch drauf na, es passt für die Waffe eigentlich was sollte ich denn sonst noch kaufen und sonst keine Knete mehr könnten uns noch ne Mikro MP kaufen, aber ich halte nichts davon die sind doch voll die Binderten, Leute Schießstand guck mal doch mal ne ich hab doch schon ne Pistil gehabt sag wie viel Schweine viel Geld das kostet naja, wir gehen sch kugelsichere Weste, sollten wir uns vielleicht auch eine holen hat der noch kugelsichere Weste hier haben die nicht hier auch noch Klamotten lol natürlich haben die hier Klamotten ja, wir kaufen uns auch noch ne Jagdweste auf jeden Fall what the fuck Frankling hat nicht genug Geld um die Pump-Action-Show-Flinte und das taktisch nicht zu kaufen oh nein ich hab gar nicht aufgepasst komm hau rein ich muss jetzt bestimmt wieder den ganzen Weg fahren und da sind wir wieder ja ist ja gut hab ich gar nicht gesehen ein paar Patronen für die WTF das ist so behindert die mit Schalldämpfer zu sehen ja die hat ein taktisches Licht gib mir noch die Piste bisschen Monier ich will nämlich eigentlich ein größeres Magazin für die haben und den Schalldämpfer danke jetzt hab ich zwar keine Knete mehr aber danke take us down to that one spot where the base has been taking their cans then you know nation is just for super bitch ja ich will trotzdem noch hier voll die geile Scheiße wo ist das yeah let's go bitches ja wir nehmen dann die Schrollflinte und so die Schussweite von meiner Hand ist weiter Leute rein oh Fernlicht normales Fernlicht weuu 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 das nicht neue A's shit das ist fact du get what you get fool du been getting dick but du ain't giving it huh some Marc talk like that to an OG CGF has changed man no wonder the hood is so lame right now speaking of change Lamar's been meaning to talk to you homie nah 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 what's happening it's nothing my nigga nothing you know just some ideas that's all man ideas ain't your strong suit so put it on me it's nothing real homie when it's something real we'll talk bullshit man it's realer than this crap danke und am ende durfte ich auch reden diese homo faker die bauen schon voll die Scheiße hey we meet them here ja auf jeden fall auf jeden fall wow geil die Pistel reicht Dave what's up boy everything cool hold on man what the fuck man you was just kidnapping this nigga oh come on you don't real recognize real D my nigga just got out crossing lines did some time with some of your folks ayy look 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 this ain't about you man what you know these niggas done fucked up yo what the fuck this trick talking about man what's that somebody creepin on us somebody creepin on us some gang intervention shit ayy this ain't the police door this is some ballers bullshit nigga that's some bulls shit fuck you eyy we've been set up nigga this shit fuck you nigga fuck you nigga fuck you fuck you fuck you fuck out this shit oh bitch ass ballers Alter, war ja klar Ja, hier bin ich auf jeden Fall gut gesichert Ja, der Schieß wird verbessern Was für ein Glück, dass ich mir Richtig dick Munition geholt hab Irgendwie ist es da sinnvoll, eine Pistil zu nehmen Die haben eh alle nur Pistil-Munie Da bist du doof Hauptproblem ist, dass ich grad voll am Arsch bin Lol Alter, ich bin hier... Ich werd hier voll aus Satter genommen von denen Geh um die Ecke Steh auf Den hab ich auch Ja gut, sieht anders aus irgendwie Ja, wir sind voll am Arsch Auf jeden Fall sind wir voll am Arsch Und direkt Einen nach dem anderen Alter Das taktische Licht bringt's echt Selber Pisser Brauch hier erstmal Muni Die haben alle diese MP dabei gehabt Alter, wie viele das sind Alter, wie viele das sind Ja, total Das ist auch genau das, was ich wollte Die Pistole disst auch mal ein paar Leute hier Alter, wir haben drei Sterne Ja, wir wissen auch alle, wie das hier läuft Auf jeden Fall Als ob Lol, wie die Ja, das wird abhauen Ja, hoch Schneller, Alter Ich krieg hier voll die Kugeln ab Und verzieh dich Alter, der Helikoptertyp ist tot Habe ich den Piloten erschossen? Lol, ich hab den Piloten erschossen Ja Rüber da Perfekt Steig da hin Ja, ja Alter, wir haben riesen Probleme Alter, das wird so schwer Oh mein Gott Ja, find du Orte abseits der Straße Was sagen wir hier den Helikopter als Alter, wir haben ein riesen Problem Ball hat doch auf den Helikopter Auf jeden Fall Hauptsache in dem Momenten kann der perfekt Auto fahren oder was Alter, wie scheiße das Auto ist Jetzt gib doch mal Gas Das Auto kann schon gar nichts mehr Nein Alter, Sackgasse Alter, wir entkommen denen gar nicht Ganz im Gegenteil Wie soll ich das machen? Wir haben drei Sterne verursacht, ihr Lappen Komm Gib Gas Ja, wobei, die Fähigkeit baue ich gleich noch Alter, so ein Scheiß Was willst du machen? Am Strand lang cruisen, natürlich Leute, scheiße, dann komm aufholen Die kommen von beiden Seiten mit Witzemann Mitten durch die Prärie Komm schon Dann kann ich uns hier locker durchcruisen Yeah Bitches Alter, yes Ja, ich hab's abgehängt Oder auch nicht Oh, scheiße Alter, wir haben's geschafft So Wir haben sogar noch Licht Irgendwie, irgendwo Hey, what the hell you want me into back there? Shit, man, you don't want to pop this ass I did the necessary Yeah, thank you for that, dog This all on you, LD Lanky, dumbass Me? Hey, I ain't know the fools is gonna roll on us If you started something with the ballers Shit, I don't care if you CG have for life, man You done Done, you dig? Actually We ain't CGL for life Cause all that mean is we giving you money for nothing We got our own shit now, homie Foreign gangsters Oh, nah, nah He don't mean that, Loke Everton's talking outside his neck I'm gonna reach cross lines, alright Conversate with the purple homies Yeah, yeah That's a good idea, man Smart shit But if I gotta hang you assholes out for this The gang comes first Oh, it ain't gonna come to that, homie You all diplomatic and shit Yeah He a real fucking diplomat, ain't he? This that peace-talking motherfucker We should've sent to the Middle East Fuck No wonder I wanna get out of here No one's stopping you, little homie Alter, wie dem hier auf den Sack gehen Lamar und die Sandro-Typ, die sind doch voll Stritch und Lamar, alter, die gehören ins Gefängnis Die sind voll die Homos Da will die mir auf den Sack gehen Ja klar, bestanden Stretches raus, Kopfschüsse Unversehrt Ja, das wär irgendwie, ich hab nur Bronze gekriegt Schwere Mission Fand ich Persönlich Die Option automatisch speichern Pause-Menü ist derzeit ausgeschaltet Schaut es sich an einem Spielstände automatisch zu speichern Ja Sollten wir gleich mal machen Sollten wir gleich mal wieder anmachen Oh Vater und Sohn Schnell speichern Und gucken wir mal, was wir jetzt machen Äh, wir könnten uns ein bisschen Geld verdienen Finde ich Ein bisschen Geld verdienen Ich glaub, viel haben wir nicht Ich glaub, wenn wir mal Start drücken, sieht man's 400 Dollar Alter, das ist nix So ein Taxi-Clown wär ganz nice Taxi-Clown und selbst Taxi-Fahrer sein Warum nicht? Das ist die Idee Nein, leg wieder auf Ähm Ähm, 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 ähm Geh mal ins Internet You cannot find the patch You are looking for Loi Eye-Finder-Error Interessant Um die Links zu öffnen Drücke X Um zu klicken Eye-Finder-Error File-Browser-Leiste Ups Ich hab Mit Kreis geh ich wieder raus da Nein Ich hab das Handy auf Internet So Mit Eye-Find suchen Essen und trinken Finanzen und Dienste Klicken, um links zu öffnen Börse Wir wollen mal an die Börse gehen Mein Portfolio Klicken, Browser-Leiste Symbol in der Browser-Leiste Oder drücke Kreis Um zu folgern Seit zurück zu gehen Damit verlässt du den Browser Nimm dir auf die Startseite zurück Das klick auf ein Haussymbol Browser-Leiste Bring dich zurück Auf die Startseite Können wir nicht Ammonation Kann man hier nicht irgendwie sehen Kursbewegung Wie Insgesamt war Hm Dein Geld Hm Hm Wie geil das ist Hier mal wieder auf die erste Seite Essen, trinken, Medien, Unterhaltung Reisen und Transport Was ist denn hier Legendary Motorsport Nicht vor Loll Komm an WTF Oh, komm mal da Ein Cheater Alsache Da ist wieder ein Cheater Hier kann man sich Autos kaufen Hammergeile Scheiße Ein Lambo Da ist sogar ein Ferrari Bei gewesen Was gibt's noch Was haben wir hier Loll Hier können wir uns Flugzeuge kaufen Wie geil ist das denn Was noch Loll Panzer Hammergeil Kann man sich bestimmt auch Boote kaufen Oder Hammer Krass Hammer Krass Also da würde ich ja auch das hier Klaut jemand gerade ein Auto Das kann man hier nur noch kaufen Cool Fahrräder Hammergeil Hammergeil Aber wie teuer die sind Was gibt's noch Das ist das letzte Hammergeil Hammergeil Was man sich hier alles kaufen kann 50.000 240.000 Ein Audi Mercedes Hammergeil Also wenn man das nötige Kleingeld hat Könnte man sich Übermacht Oh, okay Hier die Motorräder sind auch nicht gerade teuer Könnten wir uns eigentlich Müssen wir richtig Asche haben Wie geil das ist Was gibt's noch Was gibt's noch Finanzen und Dienste Essen und Trinken Finanzen und Dienste Ist das Kontobewegung ansehen Cool Benutzernamen unbekannt Konto auf dieser Bank Ah, das sind wahrscheinlich von Den anderen beiden Die Kontoteile Veränderung Treibende Kräfte auf dem Markt Schreibt mir doch mal Wenn ihr mehr darüber wisst Wie ich da ordentlich investieren kann Weil ich irgendwie doof Da drin bin Wir holen uns jetzt ein Taxi Kontobewegung ansehen Kontobewegung ansehen